Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortner Daily Shop News vom 13.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da sehen wir einen neuen Skin, die Sumpfjägerin. Die konnte ich leider auf der Map nicht finden und der Sumpfmann hat ganz viele Styles bekommen. So, hier fangen wir einfach mal an auf der rechten Seite mit dem Holoscan. Finde ich, sieht richtig, richtig nice aus, das Teil. Klicken wir mal ganz kurz hier durch, kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 der Holoscan. Und hat hier ein Voting von 4,71 von 5 bei 14 Votes am 18. Juli 2019 das erste Mal drin gewesen. Dreimal seitdem, 46 wie meines letzten Mal im Shop vor 44 Tagen am 31. Juli. Dann geht es weiter mit der Abtrending, das ist der Renegade. Finde ich persönlich jetzt nicht ganz so prickelnd, kriegt von mir 5 von 10. Der Renegade hat hier ein Voting von 3,34 von 5 bei 56 Votes am 5. November 2017 das erste Mal drin gewesen. 18 Mal seitdem, 96 wie meines letzten Mal im Shop vor 12 Tagen. Dann geht es weiter mit dem Disco-Fieber. Und der Disco-Fieber für 800 V-Bucks ist ziemlich cool. Gefällt mir sehr gut, kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,16 von 5 bei 49 Votes am 31. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 19 Mal seitdem, 62 wie meines letzten Mal im Shop vor 32 Tagen. Dann geht es weiter mit dem Emotical. Klicken wir mal ganz kurz hier durch. Durch das Ding ist nie so genau erkennbar. Was da ist alles sehr buntig, knallig für 300 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier ein Voting von 4 gemacht von 5 bei 5 Votes. 5 August 2019 das erste Mal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal seitdem. 6 Reminders. Jo. Der Knieklatsche. Mega geil. Kriegt von mir wieder 5, äh, 10 von 10 für 500 V-Bucks, wollte ich eigentlich sagen. Der Knee-Slapper. Knee-Slapper hat hier ein Voting von 4,18 von 5 bei 33 Votes am 7. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Siebenmal seitdem, 61 Reminders. Sitzen wir im Shop vor 41 Tagen. Hammer geiles Teil. Dann geht es weiter mit dem Bombasto. Erinnert mich immer an Bomberman. Habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es geliebt. Hier hinten diese Haftmine, kann man eigentlich fast sagen. Da hinten dran beim Bombasto für 1500 V-Bucks. Das kriegt 7 von 10 von mir. Das ist der Splode. Oder ein Voting von 3,31 von 5 bei 29 Votes am 24. April 2019. Das erste Mal drin gewesen. Viermal seitdem. 17 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen am 2. August. Und dann geht es los. Hier zu der blinkenden Disco-Diva. Oh mein Gott. Wer wollte denn schon immer mal eine Disco-Kugel hinten auf dem Rücken mit sich rumtragen. Das Ding dreht sich und blinkt. Alles bling, bling, bling. Coole Frisur hat es auf jeden Fall. Kriegt von mir 7 von 10. Die Disco-Diva für 1200 V-Bucks. Schauen wir doch mal ganz kurz, wie sieht es denn da bei euren Noten aus. Da haben wir 4,22 von 5 bei 76 Votes. Am 31. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. 6 Mal seitdem. 23 Spiele mine. Das letzte Mal im Shop vor 32 Tagen. Dann geht es weiter hier mit dem Disco-Trubel für 1500 V-Bucks. Eine richtig coole Picke. Wow. Wer macht hier Disco-Fieber, wenn er einen anderen pickt? So, bei dem Teil würde ich mal sagen, gibt es von mir 7 von 10. Ich denke, der Herr sofort hätte, glaube ich, sogar 10 von 10 gegeben. Hier mal ein Voting von 4,42 von 5 bei 31 Votes. Am 31. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 18 Mal 35 Reminders. 32 Tage ist es jetzt her, dass das Ding im Shop war das letzte Mal. So, dann geht es weiter hier mit dem Funky-Kommando. Oh mein Gott. Ja, der sieht hier in dieser Version schon krass aus. In dieser Version noch viel krasser. Funky-Kommando. Also, ja, durchgeknallt. Ein bisschen durchgeknallt muss man schon sein in dem Spiel. Gibt es auch 7 von 10 von meiner Seite für den Funk-Obs. Und dann hier ein Voting von 3,71 von 5 bei 55 Votes. Auch am 31. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. Fleck-Fleck-Tarn. Ja, ansonsten jetzt nicht so der Oberbringer. Ja, für 800 V-Bucks gibt es von mir 5 von 10. Und hat hier momentan nur einen einzigen Vote. 3 von 5 bei einem Vote. Jawohl. Und dann sind wir hier bei dem Sumpfmann. Ich habe noch vor kurzem zum Herrn Sofort gesagt, das Teil war schon lange nicht mehr drin gewesen. Da war schon Ewigkeiten nicht mehr im Shop der Sumpfmann. Dann meinte der sofort, ja, das Ding ist ja auch pottenhässlich. Aber jetzt haben wir hier neue Styles. Die können wir uns mal angucken, wie das hier aussieht. Eigentlich ganz cool. In den Farben sieht er eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, sage ich mal. Also er hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, der Sumpfmann. Und mit den neuen Styles. Also vorher habe ich dem Ding, glaube ich, nur 3 von 10 gegeben oder so. Aber mit diesen Styles finde ich den sogar gar nicht mal so schlecht für 2000 V-Bucks. Das Ding, der hat sogar mehrere Augen. Das ist mir vorhin auch gar nicht aufgefallen hier. Der Sumpfmann, da hinten der Riesenreißverschluss dran. Kriegt von mir jetzt 7 oder sogar 8 von 10. Ich finde den gar nicht mal mehr so schlecht. Das ist der Moisty Meerman. Und der Moisty Meerman. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass es lange Zeit eben nur diesen einen Style gab. Die sind ganz grünen da. Und dann gucken wir mal, wie jetzt hier die Voten sind. Die Noten sind 2,89 von 5 bei 110 Votes. Am 25. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen. Siebenmal seitdem 67. Wir meinen das. So und jetzt kommt es. Das Ding war das letzte Mal im Shop vor 282 Tagen. Am 5. Dezember 2018. Also schon Ewigkeiten, fast ein ganzes Jahr her, dass das Ding im Shop war. Ja, bei euch. Ah, Moment. Ich muss ja noch den heutigen Itemshop bewerten. Ja, und da muss ich natürlich, ich mache das jetzt mal so, wie der Herr sofort das auch immer sagt. Also wir haben hier, es geht ja auch um die neuen Sachen. Ich finde, dass der Sumpfmann ganz gut aufgewertet ist. Die Sumpfjägerin finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll. Discofieber, Knieklatscher, mega geil, Holoscan, cool. Alles eigentlich ganz okay. Reicht aber meiner Meinung nach eben nicht für mehr als ein It's Mäh. Ja, und dann machen wir das auch mal ein It's Mäh. Hier, ich habe da schon drauf geklickt. So, love it, 828, It's Mäh, 960 und hate it, 2320. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und benutzt bitte unseren Supporter, äh, ne, unseren Creator-Code. Und sofort, U gleich, TTV, wäre mega cool, wäre euch sehr, sehr dankbar. Ja, schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, der man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss.